Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Reaction auf CakeTV Uncard. Montana Black, der erste, äh, der echte, meine ich, und der erste, dem ich den, äh, wo ich sein Ding in den Mund nehmen würde, mit Jappi zusammen. Er hat ein Statement zur ganzen D-Ray-Thematik gebracht und, äh, wir reagieren da natürlich drauf, ne, das ist klar. Alina, dankeschön, Junge, Tier 3-Subs sogar, alter, mega, was geht, danke sehr. So, ja, S-Sound wurde auch wieder von meinen Leuten umgestellt, die das Büro hier mitnutzen, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Finde ich mega, aber, ey, alles gut, mein Gott. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Zettel, äh, zurechtgeschrieben, denn das ist natürlich etwas, wo ich, äh, nicht einfach blind links reingehe, so wie der alte Monte, versteht ihr? Äh, der alte Monte hätte irgendwie sofort eine Live-Reaction gemacht, ich bin auch älter geworden, versteht ihr, wie ich meine? Ich, äh, reflektiere auch erstmal ein wenig, schlafe ein, zwei Nächte, äh, da drüber, versteht ihr, wie ich meine? Das ist auf jeden Fall wichtig und das kann ich an der Stelle direkt mal, äh, jedem mitgeben, dass er bevor irgendwie, er das Gefühl hat, er müsste jetzt was sagen, drauf scheißt und erstmal selber für sich innegeht und nochmal selber reflektiert, was denn jetzt genau die Punkte sind, die einem vorgeworfen werden, die Kritik und, 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 und. Genau, Bruder, ich hab das im letzten Stream schon gesehen, nur war ich gar nicht online, seitdem dieses Statement online ist, weil ich ja meinen Sohn hatte. Oh nein! Jetzt labert er erstmal, warum er sich vorbereitet hat. Ja, aber guck mal, er macht's ja genau richtig halt, ne? Also ich bin halt genau so und ich bin auch leider immer noch so, teilweise, dass man halt so sich sehr schnell dazu verleiten lässt, irgendwelche Dinge zu posten oder zu sagen, wo man dann hinterher so denkt, ja, okay, das war, das war einfach nicht klug, ne? Also das letzte war zum Beispiel auch mit der Alpha-Kevin-Thematik, ne? Wo er dieses Video über, ähm, meine, meine Twitter, mein Twitter-Game da gemacht hat, wo ich teilweise drin war, da hätte ich auch nicht sofort dann weiter rumtrollen sollen auf Twitter, sondern mir auch erstmal das Video hätte angucken sollen, so, und, ähm, ja, es ist ja klug, da nicht so aus der, ähm, nicht so aus, naja, Emotion ist das falsche Wort, aber nicht so aus, okay, ich muss jetzt irgendwas zu sagen oder irgendwas zu posten, sondern, ähm, ja, halt einfach sich erstmal Gedanken zu machen, das sacken lassen, ne? Und sich halt Punkte aufzuschreiben. Also ich sag mal, so wie er da jetzt die Stichpunkte aufgeschrieben hat, mach ich ein Skript für den Kuchen Talks, wenn ich Kritik bekomme und sag dann da was dazu, ne? Äh, die sind nicht mehr, die sind alle, äh, beschriftet. Och, Digga, ich dachte, große Zettel. Ist das den A4? Hat Montana Black einfach riesige Hände? Ist das den A4? Also, okay, ich glaube, wir fangen mit einem Punkt an, der natürlich am meisten in dem Video präsent war, beziehungsweise wo ich als erstes etwas sagen möchte, auch wenn es im Thema, äh, im Video ein großes Thema war, ist es für mich eigentlich nur ein kleiner Punkt auf meinem Zettel. Und zwar, äh, wir machen auch bitte Emote-Only rein, liebe Mods, weil ich keine Lust habe, dass jeder jetzt hier auf Krampf irgendwas reinschreibt. Thema Casino. Ein Vorwurf, den, äh, Leroy mir gegenüber ja gemacht hat, äh, hatte. Äh, da hab ich mir zu aufgeschrieben, Taten sprechen lauter als Worte. Richtig. Ich selber streame seit über vier Jahren keine Casinos mehr. Weder hab ich eine Million oder mehrere Millionen Euros damit gemacht, dass ich Casino gestreamt habe, noch wurde ich in irgendeiner Art und Weise beteiligt an sogenannten Einzahlungen von Zuschauern. Und mehr hab ich zu dem Thema überhaupt nicht zu sagen, denn Taten sprechen lauter als Worte. Der Clip, der dort... Also der Emote-Only-Chat scheint nicht so gut zu wirken, wa? ...gezeigt worden ist, ist mittlerweile vier Jahre alt. Mittlerweile über vier Jahre alt. Und das ist ein Teil meiner Vergangenheit. Ein schlechter Teil meiner Vergangenheit. CS-Box-Openings sind quasi auch Casino. Das hab ich übrigens auch sehr oft gelesen. Und ja, das sollte man auch kritisieren, auf jeden Fall. So, das Ding ist, ich glaube, das vergesst ihr, Leroy hat das gar nicht angesprochen. Das hat Leroy überhaupt nicht kritisiert. So, und, äh, natürlich sollte man das halt genauso, äh, sollte man das genauso kritisieren, dass da da tausend Euros in CSGO-Cases reinpackt, genauso wie FIFA-Packs geöffnet werden und so, gar keine Frage. Aber das war ja gar nicht der Punkt von Leroy. Also warum sollte sich Monte dann zu etwas rechtfertigen, was er, was gar nicht kritisiert worden ist? So, keine Ahnung, wenn ich jetzt, äh, drei, äh, drei Kindern Bein stelle und man kritisiert mich dafür, dass ich das einmal gemacht hab, dann stelle ich mich ja auch nicht hin und sage, ja, ja, das hab ich dreimal getan. Sondern natürlich gehst du nur auf die Kritik ein, die dir halt zugebracht worden ist. Na, aber klar, äh, da stimme ich euch aber auf jeden Fall zu. Ne, so die ganze Zeit irgendwelche Kisten zu öffnen oder FIFA-Packs und so, ist natürlich genau das Gleiche. Oder jetzt nicht eins zu eins das Gleiche, aber es ist trotzdem ein Glücksspiel, was da, ähm, was da gepostet wird. Äh, gar keine Frage, das sollte man auf jeden Fall auch kritisieren. Ähm, ne, aber das war trotzdem ja nicht der Punkt von Leroy. Ne, darum geht's. ...Vergangenheit, aber es ist ein Teil meiner Vergangenheit und nicht von meiner Gegenwart oder meiner Zukunft in meinem Livestream. Und deswegen hab ich dazu nicht mehr zu sagen. Dann haben wir noch den Punkt, äh, den er zum Schluss genannt hatte oder irgendwie da so mittendrinne. Äh, und zwar, dass ich bitte auch mal meine Reichweite einsetzen sollte, um Gutes zu bewirken, mich mit Leuten, äh, beschäftigen, die eine Behinderung haben. Ähm, der O-Ton war, ich sollte bitte etwas machen mit meiner Reichweite. Ich bin persönlich nicht ein großer Freund davon, ähm, öffentlich immer zu kommunizieren, was ich auch privat mache mit dem, was ich bin, mit dem Geld, was ich habe, sei es jetzt spenden, etc. Aber es wurde mir als Vorwurf gemacht, deswegen muss ich mich dazu äußern. Äh, das Thema Reichweite effektiv einsetzen. Lieber Leroy, du hättest mit mehreren Mausklicks relativ schnell herausfinden können, dass unter anderem ich bei Stern TV war, äh, sowohl bei einem Drehtermin mit Stern TV als auch selber in der Sendung, wo ich mich stark gemacht habe, unter anderem für Menschen, die durch Alkoholismus in der Schwangerschaft, äh, eine Behinderung, beziehungsweise Lernschwächen, etc. Wo man trinkt, dann gewinnen und Tonser. Das ist ein öffentliches Video, ein Video, was mir persönlich auch sehr gut selber gefällt. Mir jetzt vorzuwerfen, ich würde meine Reichweite nicht einsetzen, um Gutes zu bewirken, in dem Punkt mit Leuten, die Beeinträchtigungen haben, ist in dem Fall dann damit schon eigentlich nichtig. Äh, nichtsdestotrotz gebe ich dir nochmal ein, zwei Dinge, die auch öffentlich sind. Ja, ich finde generell auch, äh, so immer zu sagen, so, ja, mach du doch mit deiner Reichweite mal was Wichtiges. Ähm, das habe ich ja auch in meinem Video und in meiner Reaction schon kritisiert gehabt. Ich finde halt nicht, dass man gezwungen ist, nur weil man eine große Reichweite hat, ähm, immer direkt irgendwas, also Positives zu tun. Also jeder darf seine Reichweite einfach so nutzen, wie er möchte. Natürlich wäre es schön, wenn jeder irgendwie so ein bisschen was Gutes tut, aber ich finde so dieses so von oben herab, weißt du, so zu kommen, so, ja, guck mal, ich, äh, klär hier auf über, über Geschichten. Monte, jetzt nutzt du deine Reichweite doch mal für was Wichtiges. Ich meine, man vergisst halt auch, dass Leroy das halt fürs Geld gemacht hat, ne? Also ihr könnt mir nicht erzählen, dass Leroy das einfach nur gemacht hat, um, ähm, um Leuten zu helfen. Natürlich hat er auch Leuten geholfen, das will ich gar nicht ihm abschreiben, so, aber trotzdem verdient er sein Geld halt auch dadurch. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja, und ich finde immer so, dann auf andere zu zeigen und zu sagen, ja, mach du doch erstmal was Gutes. So, das, warum? So, jeder darf doch mit seiner Reichweite einfach machen, was man möchte. Ähm, man hat ja auch gar keine Ahnung, ob jetzt zum Beispiel Monte oder ich oder ein Papa Platte oder irgendwer anders privat was Gutes tun. So, vielleicht bin ich ja jeden Freitag ehrenamtlich bei der Tafel und helfe damit oder spende 20 Prozent meine Einnahmen an, äh, an die KuchenTV GmbH für, ähm, für irgendwas. So, das weiß ja einfach keiner. Ich habe große Summen für den Tierschutz gespendet, äh, aber auch in der Vergangenheit, was auch ein öffentliches Thema war, habe ich zum Beispiel, was auch nicht mir leicht gefallen ist, jemanden im Krankenhaus in Berlin besucht, der 16 Jahre alt war, der an Krebs erkrankt war und sein letzter Wunsch war, Onkel Monte zu sehen. Also, das sind alles so Dinge, äh, die alle in der Öffentlichkeit, Öffentlichkeit stattgefunden haben. Ich bin jemand, der seine Dinge gerne auch privat behält und ich habe mit Sicherheit auch andere Dinge gemacht, äh, die lobenswert wären, die man erwähnen könnte. Das mache ich aber nicht, die bleiben privat. Aber den Punkt mir zu unterstellen, ich sollte mit meiner Reichweite etwas Sinnvolles machen, mit Sicherheit geht da immer mehr, bei jedem von uns, aber es ist nicht so, als wenn ich das nicht gemacht hätte. Right? Äh, dann noch ein Punkt, ähm, das Thema Hate-Nachrichten. Lieber Leroy, da hattest du ja auch eingeblendet, dass du Nachrichten bekommen hast, nachdem ich mein Video zu dir gemacht habe. Richtig? Ähm, da möchte ich dir jetzt einmal ganz kurz, ähm, eine Nachricht zeigen, die ich bekommen habe, nachdem du dein Video gemacht hast, okay? Und diese Nachricht lautet vom Nico. Ich hoffe, deine große... Junge, ich feiere das immer so, die Namen zu zeigen, Alter. Ja, dann sterben so früh wie möglich und dein Hund auch. Werfe ich dir das jetzt vor? Nein, du kannst für diese Nachricht überhaupt nichts. Ich habe diese Nachricht, die nur sinnbildlich gezeigt, weil jeder von uns kriegt im Internet schlimme Nachrichten, die in der Öffentlichkeit sind. Und davon distanziere ich mich natürlich ganz klar. Abstand von solchen Leuten. Und ich kann euch nur noch mal bitten, dass ihr solche Nachrichten unterlasst. Ihr könnt eine Meinung haben zu einer Thematik, aber Leuten den Tod zu wünschen oder rassistisch zu beleidigen, ist absolut schwach. Aber ich finde es genauso schwach, Leroy, diese Nachrichten einzublenden bei dir. Ja. Aber das kannst du natürlich machen, das ist dir überlassen. Ich habe mir da mal die Mühe gemacht und habe diese Nachrichten, die du gezeigt hast, die ja auch öffentlich einsehbar waren, also wie die auf Instagram hießen, habe ich mal nachgeschaut und drei... Ja, also ich sehe das halt genauso wie Monte. Genau die gleichen Punkte habe ich auch schon in meinem Video ja mal gebracht. Du kannst halt nichts dafür, wenn Leute beleidigende Kommentare schreiben. Ja, also es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich jetzt sage, ja, schreibt den mal an oder so. Oder ich die Leute mehr oder weniger dazu aufrufe. Ist es natürlich was anderes, gar keine Frage. Äh, genau, Blasi-Blasi wird auf jeden Fall gebannt. Weißt du, solche Kommentare finde ich lustig, Bruder. Ich habe eins zu eins, das, was Monte sagt, habe ich schon in vier Videos, auch zu ABK und so weiter war das halt drin und zu Shuyoka schon gesagt. Ähm, das heißt, eigentlich ist es ja eher andersrum. Ich verstehe solche Kommentare nicht. Immer, wenn ich jetzt irgendwie mit Monte einer Meinung bin, ob ich, wo ich das sogar schon vor Monaten so gesagt habe, ist natürlich Blasen, deswegen verpiss dich, Bro. Äh, kannst gerne andere Streams gucken. So, äh, auf jeden Fall, ich sehe es halt genauso, weil du kannst halt nichts dafür. So, ne, wir haben alle eine große Reichweite und wenn ein Video von 150 oder 200.000 Leuten gesehen wird, du kannst nichts dagegen tun, dass auch vereinzelt Leute rübergehen und beleidigende Kommentare schreiben. Auch, wenn man das nicht gut findet. So, und, ähm, Monte hat in den ganzen Reactions, hat er nicht gesagt, geht rüber, schreibt den an, disliket ihn oder sonst irgendwas, wie das vielleicht früher andere YouTuber schon gemacht haben. Ähm, sondern das Internet ist, nur mal einfach so. Ich habe auch so viele, jetzt nicht so viele, aber so ein paar negative Nachrichten auf jeden Fall bekommen, auch gerade nach meinem Leeroy-Video. Ähm, und da stelle ich mich jetzt auch nicht hin und sage so, ja, Leeroy, was hast du denn da für Zuschauer? Also, weil es passiert leider bei so einer großen Reichweite. Die von fünf Accounts, die du dort gezeigt hast, haben mir nicht mal gefolgt. Das heißt jetzt nicht viel, nicht jeder, der mich kennt, muss mir auf Instagram folgen, aber irgendwelche random Nachrichten einzublenden, äh, fand ich als Vorwurf mir gegenüber etwas schwach. Ich distanziere mich, wie gesagt, von solchen Nachrichten. Das habe ich in der Vergangenheit schon und werde es in der Gegenwart und auch in der Zukunft machen. Solche Nachrichten sind allerunterste Sportkanone und, äh, davon distanziere ich mich. Und, äh, da kann ich auch nur nochmal den Appell an die Leute geben, dass ihr solche Nachrichten zu unterlassen habt. Damit hilft dir niemandem weiter, ähm, ja, das zu dem Thema Hate-Nachrichten, was ja ein Punkt bei dir im Stream war. Dazu muss ich aber auch nochmal ganz kurz sagen, lieber Leeroy, äh, du wirst ja nicht nur böse Nachrichten bekommen haben, nachdem ich auf Videos reagiert habe. Du wirst mit Sicherheit auch Nachrichten bekommen haben, nachdem Sascha auf dich reagiert hat, nachdem Jasnero auf dich reagiert haben, beziehungsweise ein Video über dich gemacht haben. Du wirst mit Sicherheit Nachrichten bekommen haben, auch nachdem KuchenTV Videos über dich online gestellt hat, äh, warum dann explizit nur Nachrichten eingeblendet werden, die wegen mir gekommen sind. Ja, keine Ahnung. Also... Ja, guck, und das sind zum Beispiel so Punkte, so, das ist klar manipulativ, was Leeroy da versucht hat aufzubauen. So, weißt du, dann fuck mich das so ab, dass Leeroy, weil er so manipulativ war in dem Statement, jetzt trotzdem als der positivste YouTuber dargestellt wird. Ich sehe das ja auch an den Kommentaren, die ich auf Instagram zum Beispiel bekomme, äh, nicht auf Instagram, äh, die ich, ähm, unter meinem Video und so weiter bekommen habe. So, das ist halt dreist. Also, du weißt nicht, von wem welcher Kommentar kommt. Und Monte hat ja recht. Also, ich mache zehn Videos darüber. Ähm, Alice, äh, äh, nicht Alicia, Joe, Sascha und Jasnero machen auch x Videos über ihn, aber alle negativen Nachrichten müssen von Monte gekommen sein, oder was? So, das ist halt kompletter Quatsch. So, und dann kritisiere ich das, heißt es ja, wir sollen nur bei Monte lutschen. So, Digga, es ist so lächerlich. Ich habe jetzt in keiner Nachricht gesehen, wo drinne stand, jo, ich komme von Monte und hier, du bist das und das. Das fand ich eher ein wenig schwach, aber gut. Wie gesagt, ich glaube, Leroy, am Ende des Tages weiß ich, worauf du hinaus wolltest und am Ende des Tages sprechen wir beide die gleiche Sprache. Solche Nachrichten, egal von wem sie kommen, egal durch wen, ob durch mich oder durch, durch unsympath, äh, unsympathisch, ja, moin, kurz mit in den Beef reingezogen, obwohl es gar keine, äh, ob durch Kuchen oder durch Sascha, am Ende des Tages spielt es keine Rolle. Solche Nachrichten gehen gar nicht und davon distanziere sowohl ich mich auch, als du auch. Richtig, reichen wir uns da in dem Punkt die Hand, Leroy? Richtig. Dann zum Thema Forbes Magazine, wo ich ja kritisiert worden bin, äh, dass ich, ähm, dort, Wie lang ist das Statement eigentlich? Dass du dargestellt habe, als wenn deine Beschreibung, Boah, geht das so lang? Deiner Biografie darauf ab ist, äh, dass du der, äh, unter den Top 30, äh, reichsten Männer bist. Also erstmal hebe ich da die Schere, das bedeutet, Leroy, Ich entschuldige mich da bei dir. Diese Aussage meinerseits ist entstanden auf eine Reaktion von KuchenTV. Boah. Das wurde bei KuchenTV im Video so mäßig dargestellt und in dem Fall habe ich mich einfach darauf verlassen. KuchenTV recherchiert normalerweise immer eins plus wie ein Sternchen bei solchen Kleinigkeiten. Hat er in dem Fall vielleicht nicht gemacht. Ist jetzt ja auch nicht so, ähm, eine große Sache am Ende des Tages. Für mich ganz persönlich muss ich da aber auch mit der Schuhe selbst eingestehen. Für mich, äh, lieber Leroy, ist es so, dass das Forbes-Magazin... Dieser KuchenTV. ...mich in meiner Welt, wo ich mich befinde, nicht unbedingt, äh, oder was ist in der Welt, wo ich mich befinde? Danny, danke für den Primeshub. Mir war nicht klar, dass das Forbes-Magazin auch Leute auszeichnet, die, äh, die Top 30 interessantesten Menschen, wie es jetzt, glaube ich, bei dir war. Für mich war immer Forbes-Magazin Auszeichnung die reichsten Menschen der Welt. Ja, aber auch da wieder ist halt, also, als ob er einer der einflussreichsten Menschen unter 30 ist. Also, ich weiß nicht. Ich würde sagen, jetzt, wenn ich mir alleine so die Klicks und so weiter angucke, würde ich glatt sagen, halt, so eine Saschka zum Beispiel, ist halt deutlich einflussreicher als ein Leroy. So würde ich jetzt einfach mal behaupten, ne? Leroy hat natürlich vielleicht mehr Abonnenten, aber du siehst ja an seinen Gästen und an seinen Videos, dass der, der macht ja weniger Klicks als ich im Durchschnitt so, ne? Also, von daher checke ich das halt sowieso nicht, wie der da reingekommen ist. Ähm, ja, das Ding ist, ich habe da einfach nicht recherchiert. Das gebe ich auch komplett zu, ne? Es ist ja falsch offensichtlich, also habe ich nicht richtig geguckt. Äh, das Ding ist, in dem, ähm, wo wir das herhaben, das war vom Wachstums-Magazin, äh, da stand sogar drin, die 30 reisten Deutschen unter 30. Wir haben ja hier sogar im Stream voll lange drüber diskutiert, ob der wirklich so reich ist. Ähm, ja, deswegen kann man da generell, glaube ich, da nicht viel mitnehmen, ne? Kostet Geld, da reinzukommen, wie lächerlich, Alter. Da habe ich einen Fehler gemacht, äh, aufgrund einer Aussage von Kuchen, da haben wir beide einen Fehler gemacht. Ja, aber wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass Monte da einen Fehler gemacht hat. Also, du kannst ja nicht in einer Reaction jede kleine Aussage gegenchecken. So, und ich meine, was war der Front? Jo, du bist einer der reisten 30 Deutschen unter 30. Wow. So, also, weiß ich nicht, das nehme ich so komplett auf meine Kappe. Also, wenn ich reagiere, dann checke ich ja auch nicht alles gegen. So, dafür würde ich mir jetzt aber auch da nicht die Schuld geben, wenn dann irgendwas falsch ist, sondern der YouTuber, der das halt verbreitet hat. Da entschuldige ich mich bei dir auch. Das war ein nicht solider Angriffspunkt meinerseits oder eine Aussage, die quatschig war. Das tut mir an der Stelle leid. Äh, da habe ich mich vertan. Das tut mir leid. Äh, achso, genau. Wo wir gerade auch beim Entschuldigen sind, äh, zum Thema Statement, Promophase und, und, und. Guck mal, lieber Leroy. Du hast das Statement angekündigt und es sollte in zwei Wochen kommen. Dieses, jo, macht er für ein Rap-Album eine Promophase, macht er gerade eine Promophase, war ein Joke, ein offensichtlicher Joke, den ich vorher bei Twitter gesehen habe. Die Leute, die die Thematik eventuell auch verfolgt haben, ähm, haben eventuell auch Twitter-Posts gesehen, wo Leute auch getwittert haben, jo, Digi, macht er eine Promophase. Das war für mich, ehrlicherweise, einfach nur ein Joke. Ich habe es in dem Moment wahrscheinlich nicht so verpackt, auch mit dem, mit der Aggressivität oder mit dem lauteren Ton, äh, wo ich da reingegangen bin, ist es vielleicht nicht so ganz rübergekommen. Ich habe weder bei dir auf Instagram gesehen, ich habe nicht danach gesucht, aber mir ist jetzt nicht groß aufgefallen, dass du im Urlaub bist. Er hat doch nichts gepostet. Oder zwei Wochen, ja, die Füße hochlegst. Für mich kam es erstmal ein bisschen komisch, äh, rüber, dass ein Statement erst zwei Wochen später kommt. Wenn du natürlich im Urlaub bist, äh, ist es ja natürlich dir auch vom Herzen gegönnt, äh, dass du da die Füße hochlegst. Es war für mich, ja, also ich fand den, ich fand den Front von Leroy auf jeden Fall sehr lustig, dass er dann sagt, ja, ich war im Urlaub. Ja, die Füße hochlegen. Ähm, ja, aber auch das, guck mal, das ist doch auch kein Punkt. So, ja, Monta hat halt da einen Joke gebracht, genau den gleichen Joke habe ich in meinem Video auch gehabt. Ich finde es halt jetzt nicht schlimm zu sagen, so, ja, Bro, warum zwei Wochen? Ist das ein Album-Promo oder was? Das ist ja einfach halt ein Witz, so, ich verstehe halt nicht, also so einige, einige Angriffslächen von, von Leroy sind halt so lächerlich einfach. Also, es ist doch kein Punkt, so gegen einen Joke zu sagen, so, ja, ich war wirklich im Urlaub, Bro. Joke, mir ist natürlich klar, dass du kein Album promotest oder Sonstiges. Es war halt einfach für mich eher einen, einen Joke, der vielleicht nicht so angekommen ist. Äh, dafür entschuldige ich mich bei dir auch. Ach, den haben so viele gemacht, den Joke. Wenn das irgendwie so bei dir rübergekommen ist, als wenn ich dir damit dick eins auswischen wollte, whatever, dann tut es mir leid, das war nicht meine Intention dahinter und deswegen entschuldige ich mich in dem Punkt bei dir auch richtig. Zu allen anderen Dingen, bis auf einen letzten Punkt werde ich nichts sagen, denn ich werde nur auf die Punkte eingehen, die um mich gingen. Alle anderen Dinge, die am Anfang und am Ende des Videos waren, die nicht mich betreffen, dazu werde ich gar nichts sagen. Da können Leute wie, äh, Saschka was zu sagen, da können Leute wie Jasnero was zu sagen, da können Leute wie Rezo was zu sagen, all die Leute, mit denen du da irgendwie in Diskrepanz bist, die können da was zu sagen. Danke, Bro, ey, ganz ehrlich, ich mag dich auch. Da etwas zu sagen, ich werde da nichts zu sagen, ich werde nur auf die Punkte eingehen, die mich betreffen. Lächerlich. Ich habe noch auf meinem Punkt zwei, drei Dinge, ein großes Ding und ein, zwei kleinere Dinge. Ich habe in der Reaction meinerseits gesagt, dass die Thumbnails mir nicht gefallen, dass Leute, die ein Video 1,6 Millionen mal aufrufen oder dass seine Videos 1,6 Millionen Aufrufe haben, dass da extremst viele Idioten bei sind und ich mir denke, dass unser Deutschland verblödet, wenn so ein Video 1,6 Millionen Aufrufe bekommt. Das war mit Sicherheit auch zu drastisch gesagt und dafür entschuldige ich mich bei dir auch. Ich muss dazu sagen, nur weil ein Video 1,6 Millionen Aufrufe kassiert, heißt es ja auch nicht unbedingt, dass es jetzt alles nur positives Feedback ist. Du weißt selber, nur weil ein Video so viele Aufrufe hat, heißt es nicht, dass da irgendwie 95% Daumen nach oben sind. Mit Sicherheit haben viele Videos von dir auch einen Haufen Kritik geerntet. Einige Videos sind in der Offline-Welt verschwunden, aus was für einem Grund auch immer, das weiß ich nicht. Aber das Feedback war nicht immer nur positiv. Ich persönlich entschuldige mich trotzdem, weil es ist kein Kritikpunkt meinerseits, und den öffentlich zu sagen, vor so vielen Menschen, zu sagen, die Thumbnails gefallen mir nicht, die sehen scheiße aus. Wieso macht er das so? Das ist dir am Ende überlassen, wie du dir deine Thumbnails gestaltest, ob sie mir jetzt gefallen oder nicht spielen. In dem Fall spielt es einfach keine Rolle. Das war eine unnötige Aussage meinerseits. Genauso war die Aussage meinerseits auch unnötig, zu sagen, jo, dein Video hat hier 1,6 Millionen Aufrufe. Ja, der Punkt ist mir ziemlich egal. Unsere Welt ist am Verblöden. Das habe ich schon öfters gesagt, und in vielen Aspekten stehe ich auch dahinter. Ich werde nie verstehen, warum viele Sachen in der Öffentlichkeit so gut ankommen, wie zum Beispiel irgendwie so Trash-TV, hier Love Island und wie die ganzen Trash-Formate heißen. Ich werde nie verstehen, warum diese Formate so viele Klicks bekommen. Und ich werde mit Sicherheit auch in einigen Aspekten nicht verstehen, warum deine Videos so viele Aufrufe bekommen. Das Gleiche kannst du aber auch über meinen Content sagen und ist in keinster Art und Weise irgendwie ein Kritikpunkt, auf den du eingehen müsstest. Und es ist auch kein Kritikpunkt, den ich hätte in dem Fall bei dir äußern müssen. Deswegen auch da meinerseits eine Entschuldigung in deine Richtung. Diese Punkte, die ich da genannt habe und dich da kritisiert habe, waren Quatsch mit Soße und unnötig von mir. Und das von einer relativ großen Zuschauerschaft. Quatsch mit Soße. Da habe ich einen Fehler gemacht und sage da auch nochmal Entschuldigung. Ja, es ist cool, dass er sich da entschuldigt. Ja, weiß ich nicht. Ich finde die Thumbnails von Leroy gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Ich fand jetzt auch das mit dem Einbeinigen. Da hat Leroy schon recht gehabt. Also der steht da halt einfach so, wie der halt steht. Der hat halt nur ein Bein. Also von daher fand ich jetzt das auch etwas übertrieben von Montana Black. Get right here. Genau. Und jetzt kommen wir zum allerletzten Punkt. Und das ist der größte Punkt auf meinem Zettel. Und da muss ich auch versuchen, nicht wieder emotional zu werden. Das Thema mit der Misshandlung von Hunden oder allgemein Tieren. Lieber Leroy, für mich persönlich, egal ob Mensch oder Tier, was das Thema sexuellen Missbrauch angeht, ist für mich persönlich gleichzustellen. Ich mache keinen Unterschied, ob ein Tier oder ein Mensch missbraucht wird. Ich finde beides komplett scheiße und es ist beides für mich auf einer Stufe einzuordnen. Emotional. Als allererstes, auch da, dass ich dich Mittäter genannt habe, war definitiv das falsche Wort. Und auch da muss ich mich bei dir entschuldigen. Dass ich dich Mittäter genannt habe, war nicht... Ja, das ist cool auf jeden Fall, dass er sich da entschuldigt. Dass ich finde, auch Mittäter ist viel zu krass ausgedrückt und ist er ja halt nicht. Weil, wie gesagt, grundsätzlich über das Thema aufzuklären und so, ist halt nun mal einfach wichtig. Das sind Dinge auf der Welt, die nun mal einfach passieren. Und ich finde es halt schon wichtig, dass halt darüber aufgeklärt wird. Nur sowas wie das Treffen ist halt nicht das richtige Format dafür. Ähm, ja, aber Mittäter und sowas zu sagen geht natürlich halt viel zu weit, denn, äh, ja, das war jetzt ja auch nicht der, äh, der... Also das, was Lido erreichen wollte, war ja nicht, dass man das in Ordnung findet, sondern dass man das halt kritisiert, ne? Und hätte er das anders gemacht, wäre es ja auch in Ordnung gewesen. Ordnung und rück dich auch in ein schlechtes Licht. Und das war nicht korrekt von mir. Du bist mit Sicherheit kein Mittäter. Und da habe ich einfach mich vor meinen Emotionen leiten lassen und habe ein Wort gesagt, was so nicht in Ordnung ist. Ich bin einfach ein extremst emotional geladener Mensch, wenn es darum geht, jetzt in dem Fall, wenn es darum geht, dass ich in irgendeiner Art und Weise mitbekomme, dass jemand Tiere missbraucht, sexuell Tiere körperlich missbraucht mit Gewalt. Ich liebe Tiere so sehr. Für mich sind oftmals Tiere die besseren Menschen. Und bei diesem Video habe ich... Ach, deswegen sind Frauen wie Hunde. Jetzt verstehe ich das. ...Nahen in dir gefressen und bin emotional so ausgerastet, weil meine Liebe zu Tieren so unendlich ist. Das ist einer der Gründe, warum ich endlich zum Glück auch vor zwei Jahren mich dazu entschlossen habe, kein Fleisch mehr zu essen und bestmöglichst auch auf tierische Produkte zu verzichten. Ich kann Gewalt gegen Tiere gar nicht auch von den Emotionen her ab. Ich gebe dir eine kleine Anekdote. Ja, also ich finde es halt cool, dass er sich da entschuldigt. Also ich fand auch, dass Monte da auf jeden Fall zu aggressiv gewesen ist bei der Kritik gegen Leeroy. So, ich kann ihn halt verstehen. Natürlich ist das ein Thema, was grundsätzlich emotional, glaube ich, sehr geladen ist. Ich glaube, das ist generell immer so, wenn es um Themen geht, wo es einen klaren Täter gibt und eine Gegenseite, die sich halt nicht wehren kann. Deswegen, ich sage mal, gerade so ha-ha-hihi mit Tieren oder Kindern sind emotional noch deutlich schlimmer als, keine Ahnung, als andere Themen, weil halt du natürlich die Opfer nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise ausnutzt, sage ich mal. Die haben ja gar keine Möglichkeit, sich zu wehren so. Und das ist natürlich dann nochmal deutlich schlimmer. Aber ich finde jetzt auch, dass Monte da auf jeden Fall so ein bisschen überreagiert hat. Ich finde es cool, dass er sich dafür dann entschuldigt. Wie gesagt, sowas wie Mittäter. Und da muss man ja, da muss man Leeroy, das muss man Leeroy halt wirklich auch einfach mal, da muss man ja halt wirklich zustimmen. Das ist halt schon ein krasser Vorwurf einfach. Also ich sage mir, geht es halt um etwas, was absolut widerwärtig ist, was man nicht verteidigen kann. Und ja, das geht natürlich gar nicht. Und das ist heute so, wenn ich in irgendeiner Tierdokumentation sehe, wie der Löwe die Gazelle erlegt, habe ich immer noch mit den Tränen zu kämpfen, obwohl ich weiß, dass es das Natürliche in der Welt ist, dass der Löwe die Gazelle tötet. Aber ich bin emotional in dem Fall auch so schwach, dass dieses Thema bei mir explodiert ist. Und ich glaube, dass viele das verstehen können. Ich kann nicht verstehen, wie jemand ein Tier missbraucht. Ich kann nicht verstehen, wie jemand ein Tier sexuell missbraucht. Und ich kann auch am Ende des Tages, und das ist nur meine Meinung, ich kann auch nicht verstehen, wie man so jemandem aktiv die Plattform gibt. Ich weiß, es ging um Aufklärung und ich weiß, dass da auch jemand war, der Experte ist, das stimmt. Aber man setzt zwei Leute zusammen, die diskutieren. Aber was gibt es da zu diskutieren, Digi? Für mich, meine Meinung. Was gibt es da zu diskutieren? Was kann mir der Typ da sagen, der noch seinen Hund fickt? Es gibt in dem Fall keine zwei Meinungen, die ich hören möchte. Und vor allen Dingen nicht von einem aktiven Tierficker. Und da bin ich emotional sehr geladen und habe mich dann auch sowohl davor als auch danach zu Aussagen emotional getrieben, die dir gegenüber nicht fair waren. Wie mit den Thumbnails. Ja, also wie gesagt, finde ich cool. Aber ja, das ist ja halt genau das, was wir schon kritisiert haben. Das Treffen ist halt nicht das richtige Format. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schade, weil Leroy hat, glaube ich, die Kritik da entweder nicht verstanden oder er wollte sie einfach nicht verstehen. Aber er ist ja gar nicht auf diesen Punkt von uns eingegangen. Und das finde ich halt persönlich sehr schade, weil, Digi gesagt, über das Thema aufzuklären, das ist wichtig. Und du kannst es meiner Meinung nach auch mit jemandem machen, der das noch aktiv macht. Also ich habe tatsächlich auch mit Monte da kurz auch drüber gequatscht. So, und da habe ich mir halt auch gesagt, ich glaube, dass jemand, der das noch aktiv macht, der sieht das natürlich nochmal aus einer anderen Sicht als jemand, der das nicht mehr macht. Und es ist schon wichtig, auch solche Leute zu Wort kommen zu lassen, dass du die einfach nachvollziehen kannst. Also nicht, dass du sagst, okay, die Tat ist in Ordnung, sondern dass du einfach weißt, warum denkt der Typ so? Warum findet er das in Ordnung? Weil man ja so auch herausfinden kann, okay, wie könnte man der Person jetzt helfen? Auf was muss man achten? Dass man das vielleicht auch im eigenen Dunstkreis mitbekommt. Vielleicht macht der Nachbar ja auch sowas und ihr könnt ein Tier retten beispielsweise. Also das finde ich auf jeden Fall schon wichtig, dass man da mit solchen Leuten redet. Aber wie gesagt, das Treffen ist einfach nicht das Format dafür. Du brauchst halt schon Leute, die, also es war ja ein Experte beim Treffen dabei, aber das ist ja nichts, was diskutiert werden kann. Du kannst ihn zu viel natürlich interviewen, aber du solltest es immer gegenstellen. Wie ist das in der Wissenschaft, was sagen Psychologen dazu? Keine Ahnung, vielleicht auch Tierärzte zu Wort kommen lassen, wie schlimm das für die Tiere ist. Da gibt es halt viele Möglichkeiten, das deutlich besser umzusetzen. Jakob.de, Dankeschön für den Tierwunschab. Und der ist Mittäter. Das ist aus einer Emotion, muss ich dir sagen, heraus entstanden, weil ich bis jetzt auch nicht ganz nachvollziehen kann, warum jemand, der sich an Tieren vergeht, eine Plattform bekommt, wo man seine Meinung hört. Er hat mir aber, für mich persönlich, hat er mir nichts zu sagen. Ich bin da einfach vielleicht zu emotional und ich kann dir auch sagen, warum das so bei mir ist. Ich gebe euch noch eine kleine Anekdote, die habe ich damals schon gesagt. Bei mir hat diese krasse Tierliebe angefangen, als ich sieben ungefähr war. Das war während meiner Grundschulzeit. Und ich weiß noch, dass jemand, den ich damals kannte, der ein Freund war, das ist einer der ganz wenigen Erinnerungen aus dieser frühen Kindheitszeit. Wir waren bei uns bei der Rotkäppchenschule am Spielen. Und vor uns waren Enten mit Küken. Und ein Küken ist auf meinen Freund zugelaufen. Und mein Kollege hat dieses Küken genommen und vor meinen Augen ihm dem Küken den Hals umgedreht. Und ich weiß noch, dass das mich so emotional gebrochen hat, dass ich aus dieser Emotion als Siebenjähriger oder vielleicht auch Acht, ich weiß es nicht mehr, diesen Typen genommen habe und fast zu Tode gewirkt habe. Also ich habe den so lange gewirkt, bis mich jemand runtergerissen hat. Und ich glaube, ich hätte auch nicht aufgehört. So übertrieben gesagt. Weil mich das so verletzt hat. Ich verstehe halt nicht, wie man vor allem als Kind so sein kann. Dem ist diese Tierliebe in mir so drinnen. Und das ist einfach ein Punkt, lieber Leroy, den ich auch nicht verstehe. Und ich weiß, das Video diente der Aufklärung für dich. Für mich gibt es da nichts, was ich von dem Typen hören möchte. Und ich habe nicht verstanden, warum du ihm diese Plattform gegeben hast. Das erste Video, was ihr hochgeladen habt, über diesen Hundeficker, wurde vom Funk offline genommen. Weil der Typ zu explizit, meines Wissens stand, zu explizit über die Vergewaltungen... Ja, safe muss da was bei der Erziehung einfach falsch gelaufen sein. Also ich finde so Dinge wie Respekt gegenüber jedem Lebewesen, egal ob Mensch oder nicht, das sind ja Dinge, die du halt auch einfach von deinen Eltern mitbekommst. Also Noah ist auch sehr tierfreundlich unterwegs. Also denen sage ich auch, dass der keine Käfer zertrampeln soll oder so, beispielsweise. Dass der auch gar nicht erst da so reinkommt. Und Bruder, ich hätte mich als Siebenjähriger, also wo ich Sieben war, Bruder, ich hätte mir so den Ast gefreut, dass so ein Küken zu mir läuft. Alter, ich hätte den auf die Hand genommen. Alter, ich hätte mit dem gespielt oder sonst was gemacht. Ich hätte den einfach mit nach Hause genommen. Ich verstehe nicht, wie man da als Kind so sein kann, dass man jetzt sagt, Boah, Digga, den töte ich einfach mal. Ich blick das nicht. Also für mich wäre das das Krasseste gewesen. Wenn du von Tieren geredet hast, wegen Jugendschutz wurde das Video offline genommen. Falls ich da verkehrt liege, korrigiere ich das gerne. Und das zweite Video von dir mit dem Hundeficker wurde auch offline genommen. Ich weiß nicht warum. Das wurde offline genommen. Kann sein, dass einer der beteiligten Personen in dem Video, der Hundeexperte oder der Tierficker, gesagt hat, bitte nimm das Video offline. Das weiß ich nicht. Aber beide Videos sind verschwunden. Und beide Videos sind, also sowohl das erste wegen Jugendschutz und das zweite ist wahrscheinlich auch nicht verschwunden, weil das Feedback so positiv war. Ich weiß es nicht. Vielleicht kannst du mir da eine Nachricht bei Instagram zukommen lassen, warum das Video verschwunden ist. Ich weiß es nicht. Und meine persönliche Unsympathie dir gegenüber, was deine Online-Person angeht, ist auch größtenteils dieser Plattform, wo Leute zu sehen sind, die sich an Tieren vergehen, geschuldet. Das muss man nicht nachvollziehen. Und mit Sicherheit habe ich viele Fehler gemacht, lieber Leroy, indem ich Dinge über dich gesagt habe, die nicht der Wahrheit entsprochen haben. Alle anderen Themen bin ich komplett jetzt raus. Deine ganzen Videos, die du in der Vergangenheit gemacht hast, wofür du mit... Ja, ich glaube einfach auch, dass das Problem bei Leroy ist halt auch einfach und das kann ich euch nur mitgeben, auch im Freundeskreis. Sprecht Probleme am besten direkt an, anstatt alles so in euch reinzufressen. So, weil das Problem ist bei Leroy, würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, ne, zum Beispiel bei diesem AfD-Politiker trifft Transfrau, das Video wird acht Monate kritisiert, das wird immer wieder hochgeholt, auch von mir natürlich, ne, weil er es natürlich auch einfach hat so stehen gelassen, stehen gelassen hat. Am Ende stellt sich dann halt raus, so, jo, eigentlich war er schon kritisch, er hat das halt nur nicht mit reingeschnitten. So, und damit ist das Thema ja an sich auch wirklich geklärt gewesen. Er hat halt einen Fehler gemacht und gut ist. Das Ding ist aber, wenn du halt immer alles in dich reinfresst und Sachen reinfrisst und nichts richtig stellst und das einfach so lässt, ähm, ich sag mal jetzt so auf online bezogen, so die Meinung über Leroy wird logischerweise immer schlechter, ne, weil es sich, weil es immer mehr so aussieht, als wenn er, als wenn es ihm einfach egal ist und er einfach so viel abcashen möchte wie möglich. So, und wenn Leroy von Anfang an zu ein paar Dingen direkt ein Statement rausgehauen hätte, das hätte ja nicht mal ein Video sein müssen, er hätte das ja auch einfach bei Instagram machen können. So hätte er bei Instagram oder als Kommentar, als Kommentar hätte schon gereicht sogar beispielsweise. So, dann wäre, glaube ich, Leroy als Online-Präsenz auch gar nicht so krass negativ wahrgenommen worden in den letzten Monaten, weil er halt immer wieder, also weil er immer wieder Fehler eingesehen hätte. So, und das verstehe ich halt nicht so, ne, und dadurch, glaube ich, hat sich das Ganze auch sehr krass aufgeladen, weil Leroy war dann irgendwann der Typ, der quasi wöchentlich irgendeinen Skandal hatte, der irgendwas falsch gemacht hat, der sich aber auch nie dazu äußert und wo es so aussieht, als wenn er einfach nur Klicks haben möchte. So, und, ähm, da kann ich euch halt nur den Tipp geben, also klar, man muss sich jetzt nicht für jeden Mist rechtfertigen, äh, jeden Mist rechtfertigen, der ist denn gerade los, Alter, zu viel Gönnergy getrunken heute. Man muss sich nicht für jeden Mist rechtfertigen, aber es gibt halt Dinge, wo es auf jeden Fall halt schon Sinn macht, ne, wo man das macht. Gerade wenn man merkt, okay, das ist vielleicht ein Punkt, den sehr viele Leute kritisieren oder auch sehr große YouTuber einfach, ne, kann ich euch nur als Tipp geben, dann geht lieber einmal darauf ein, in einem Kommentar angepinnt, ein Instagram-Story oder so, das reicht schon, als dass man halt das einfach mit sich rumträgt. Wenn du dich halt Kritik geändert hast, da halte ich mich komplett raus, da wäre hier nichts mehr zu sagen, das können Sascha machen, das können andere Leute machen, da bin ich komplett raus. Ich bin jetzt nur explizit auf die Punkte eingegangen, die du mir vorgeworfen hast. Ich habe in diesem Statement sachlich, ohne Beleidigung, dir meine Sicht der Dinge gesagt, so wie du mir sachlich im Grunde deine Meinung gesagt hast. Ich habe nicht beleidigt und für mich ist das Thema damit vom Tisch. Dadurch, dass dein Statement öffentlich war, ich war in der Vergangenheit viele Videos oder zwei, drei Videos gegen dich gemacht, gegen dein Content. Du hast ein Video jetzt gegen mich gemacht, deswegen denke ich, auch wenn vom Videoverhältnis du noch ein paar gut hast, theoretisch gesehen, glaube ich, also meines Bauchgefühls heraus, sehe ich das so, dass du deine Meinung gesagt hast. Ich habe tatsächlich Chicken Nuggets dazu bestellt, um auf den Mindestbestellwert zu kommen. Ich habe meine Meinung gesagt, ich habe dir keine harten Vorwürfe jetzt gemacht, nichts, wofür du dich jetzt öffentlich rechtfertigen müsstest. Ich habe eher auf Verständnis deinerseits gehofft, gerade zum Thema mit dem Hundeficker. In vielen Punkten habe ich dir auch zugestimmt und habe mich bei dir entschuldigt und sollte es irgendwelche Diskrepanzen noch geben, auch wenn es im Grunde zu spät ist, weil ich auch hätte den Schritt auch schon auf dich vorher zu machen können, biete ich dir einfach an, dass wir uns austauschen können, telefonisch, WhatsApp. Ja, mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Wie gesagt, lieber Leroy, ich kritisiere immer nur eigentlich der Mensch nicht hinter den Videos, sondern das, was der Mensch in den Videos sagt. Und mit Sicherheit war ich in vielen Aspekten zu emotional. Gerade bei dem Thema, wo es um Tiermissbrauch geht, werde ich sehr emotional. Und ich hoffe, dass die Punkte, wo ich mich entschuldigt habe, dass du die Entschuldigung annimmst. Und ich wünsche dir trotzdem nur das Beste für deine Zukunft. Viel Gesundheit für dich und für deine Familie. Und sollte irgendwas noch sein, kannst du mir jederzeit bei WhatsApp schreiben. Ja, aber auf jeden Fall, also ich finde aber auf jeden Fall korrektes Statement, muss ich sagen. Er hat auf jeden Fall vieles eingesehen. Bisschen lang irgendwie das Statement, habe ich das Gefühl. Oder es kommt mir nur so vor, weil ich voll auf Gönnergy bin. Aber ja, Fehler eingesehen, Sachen richtig gestellt, also Instagram schreiben, whatever. Und ich hoffe, dass wir uns da am Ende des Tages versuchen, die Hände zu reichen. Das war's? Ja, das war's anscheinend. Mehr habe ich dazu nichts zu sagen. Ja, wie gesagt, gutes Statement. Geiler Typ. Kann man auf jeden Fall so machen. Ja, ich überlege, ob ich noch abschließende Worte dazu habe. Aber er hat sich auf jeden Fall für die Sachen entschuldigt, hat die Sachen richtig gestellt. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und ja, viel mehr kann man dazu, wenn man nicht sagen, ne?